Doch ich finde mich, ein Schroes mir. Ich finde mich, ich wusste schon immer. Ich finde mich, ich brauch nur meine Zeit. Und ich werd aus der Vergangenheit. Ich finde mich, ich... Nachhaltigkeit. Ein Begriff, für den es viele Definitionen zu geben scheint und der derzeit auch für so ziemlich alles Verwendung findet. Ich bin sehr, sehr froh darüber, dass in Sachen Verantwortung für Natur, für Land, Leute, Gerechtigkeit im Allgemeinen, für unsere Zukunft und mehr endlich Bewegung ins Spiel kommt. Es scheint sich also endlich irgendwas zu tun auf dieser wunderschönen Welt. Es scheint ein bisschen weniger Irrsinn auf uns zuzukommen. Hoffe ich so gewusst. Was ich leider sehr schade finde, ist, dass dieser Begriff Nachhaltigkeit fast immer nur mit Verzicht, mit hohen Mehrkosten für den Kunden, mit Reduktion von beteiligten Stoffen, mit einem gewissen Zurückstecken einhergeht. Es klingt also meistens irgendwie nach lästiger, schwerer Aufgabe, nach einer Art Zurück ins Gestern, zur Zeit von Oma und Opa und weniger nach Hipperberry, international moderner Welt. Auf der doch am besten bitte alles und überall und immer für jeden zum coolen Preis einfach alles problemlos erhältlich sein sollte. Für mich aber klingt Nachhaltigkeit anders. Für mich klingt dieser Begriff nach besserer, nach ehrlicherer, nach gesünderer, nach spannender, nach neuer frischer Vision. Nach dem einzig sinnvollen Weg in eine bessere Zukunft. Ich bin froh, dass einige wirklich sehr tolle Partnerbetriebe hier in Brixen, hier rund um Brixen auch, dass ich die gefunden habe, die diese Ansichten mit mir teilen. Die diese Vision weitertragen möchten und die sie mit vielen anderen Menschen auch in Kontakt bringen lassen müssen. Hallo, ich bin Claudia aus Brixen und seit kurzem habe ich ein Lebensmittelgeschäft eröffnet mit auch Lebensmittelproduktion, wo wir sehr viel Wert legen auf Regionalität und auf die gesunde Ernährung. Ich kämpfe ganz stark gegen die ganze Lebensmittelindustrie, die Menschheit eigentlich nicht mit gesunden Nährstoffen ernährt. Gutes Fleisch ist eigentlich die Basis, gehört zu der Basis von der Ernährung von den Menschen. Also wir sind ja sozusagen von der Natur aus Allesfresser und ein gutes Fleisch hat seine Werte, auch gesundheitlich. Man soll wenig Fleisch essen, aber dafür gutes und sehr gesundes Fleisch. Für das Fleisch von Tölzelhof habe ich mich eben nach dem Besuch auf den Tölzelhof entschlossen. Ich habe gesehen, wie die Haltung der Tiere ist und das passt ganz genau zu meinem Konzept. Also die Tiere sind frei, können frei laufen, sind in großen Herden, haben keine Zwingungen, verbringen dann ganz viel Zeit auf den Albenwiesen. Das ist einfach top für die Tiere und ist dann sicherlich auch top für das Fleisch. Es ist noch lange nicht vorbei, es ist noch lange nicht vorbei. Jetzt kommt die allerbeste Mittelfingerzeit. Noch mehr Scheiß auf meinen Ruf, noch mehr legt mich nach einem Arsch. Dass er die allerbeste Mittelfingerzeit, noch mehr Mittelfingerzeit. Ich bin Mirko von Brixen, waren auf den Spienges. Ich bin seit ungefähr einem Jahr in Putzer, in Scherps, Chefkoch. Ich bin seit 35 Jahren im Gewerbe dabei. Das heißt, ich stehe jeden Tag hinter den Herd, 12, 13 Stunden am Tag. Und das ist einfach nervenzutötend. Und trotzdem stehen da 35 Jahre alle noch da, wie es die erste Ungeheb hat mit der Leidenschaft. Und das Gute drin ist, ich brauche keinen Psychiater, keinen Drogen, keinen Alkohol. Und trotzdem packen wir den Sehentag, um die Leute zu beglücklichen, weil es einfach ein fetzgeiler Job ist. Wir haben seit einem Jahr in Putzer in Scherps wieder neu aufgemacht. Wir haben das Lokal total renoviert. Wir haben uns dann entschlossen, dass wir mehr auf Qualität, statt auf Quantität gehen. Und wenn eine Sekunde dementsprechend eine hohe Qualität umbieten. Also sein heimisches Fleisch hervorzuge ich auf alle Fälle, weil ich sehe mal, wie die Bauern hart arbeiten. Ich bin selber eben auf der Halbe gewesen, weil ich klein war. Und habe miterlebt und bin mit ihnen aufgewachsen, wie die Bauern sich da oben müssen, dementsprechend zu genau so Kinoosch aufreißen. Damit hätte so ein Kohl und ein Kalb in den Krieg, was den Regen hat. Und was das war vernachlässlich, die Kurve weiterbringen, aufbringen, abbringen, in den Stall mischen. Und dass nachher die Kuh glücklich ist und dementsprechend auch die Qualität von Fleisch hoch ist, ist logischerweise das Resultat. Und deswegen darf man nicht auf billige Qualität gehen, sondern geben zwei Euro mehr raus, kaufen ein gutes Fleisch, unterstützen die Bauern. Und ein Palser von Dallekind möchte man das. Durch die lokale Spargelzeit haben, nutze ich das in der Küche aus und versuche alles ein bisschen zu verbinden. Und mein absoluter Favorit ist zurzeit Steak mit der Spargelküste und ich kann es auch jedem empfehlen. Ja, unser Bustertaler Sprinzenfleisch oder eben auch dieses von den Dau-Viechern da hinten steht ein in der Mitte. Der Rest sind Bustertaler Sprinzen von unseren Stolmthaler Hühnern und von unseren Hasen der Rasse Blaue Wiener. Wird es jetzt Speisen geben und die werdet ihr auch auf diesen Speisekarten finden. Nicht ganzjährig allerdings, weil ich eben nur eine gewisse Anzahl an Kälbern, Rindern, Hühnern und Hasen eben habe. Ich bin kein Industriebauer oder Großbauer oder Mastbetrieb und ich habe auch nicht vor, das zu werden. Und bis auf ein bisschen Getreidemischung und Einstreustroh für die Tretmistanlage kommt wirklich alles vom eigenen Hof und letztlich etwas zusätzliches Almheu dieses Jahr zum Beispiel von einem befreundeten Arche-Bauern. Ich glaube auch diese fünfmonatige Almurlaubszeit, wo die Rinder auf der Alm sind, diese rauen Temperaturen, aber wunderschönen, schönen Natur im Allgemeinen erfahren, dass das alles mit in die Fleischqualität fließt. Die Tiere bewegen sich, ja bis im Fleisch. Doch es ist alles nur wie man es sieht, ob jemand lieber hasst oder lieber liebt. Und wenn ich wirklich mehr verstehe, wird er auch nicht sein Schwert erheben. Bevor er dich wirklich kennt, bevor er mit dir selber spricht. Mein Name ist Simeone Philipp, bin 42 Jahre alt und bin Chef der Pizzeria Trametsch in Brixen-Milland. Führe die Pizzeria schon seit 25 Jahren mit meiner Frau Verena. Gutes Fleisch macht für mich aus, wenn es geschmacklich gut ist, wenn es eine schöne Farbe hat, wenn die Konsistenz passt. Das macht für mich ein gutes Fleisch aus. Ich habe mich für den Tölzlhof entschieden, weil ich unsere Bauern hier ringsherum unterstützen möchte. Und ich glaube, dass wir Leute deswegen auch Nachhaltigkeit haben. Und auch der Transportweg von, sagen wir, Luftlinien von einem Kilometer sagt schon alles, dass noch regionaler kann man nicht zusammenarbeiten mit einem Bauern. Regionalität ist für uns allen schon wichtig gewesen. Ich glaube, es ist wichtig zu wissen, was unsere Gäste auf dem Teller haben, wo es herkommt und wie es produziert wird. Mein lieblingsgerechtes Filet, das war sicherlich das Highlight wert von der Karte. Weiters bieten wir eine tolle Pizza um mit einem guten Rostbeefolgen, einem Mozzarella von der Primi. Und ich denke mir, das wäre die Highlights für die neuen Karte. Warum ich glaube, dass diese Art der Landwirtschaft Zukunft hat? Ich glaube, dass diese Unabhängigkeit von so ziemlich allem einen wahnsinnig großen Mehrwert schafft. Es schafft Krisenunabhängigkeit. Dann die sichere Planbarkeit durch eigene Futtermittel und die exakte Bedarfserfahrung. Macht es eben auch ein bisschen einfach. Die Zucht und das Halten, wie gesagt, von diesen robusten und altbewährten, leider auch vom Aussteigen bedrohten Zweinnutzungsrassen, wie eben die Bussertaler Sprinzen oder die Sollmthaler und eben diese blauen Wiener Hasen, gewähren einfach enorm viel Tiergesundheit. Und natürlich, wenn man die Tiere nicht exzessiv hält, hat man auch sehr, sehr selten, im Optimalfall überhaupt nie, den Tierarzt im Haus. Und Nachhaltigkeit ist für mich also erstmal schöne Verantwortung. Sie steht für mich für den Erhalt und Ausbau positionsbezogener Produktion. Sie steht für Umweltschutz, letzten Endes natürlich für Brauchtums- und Traditionspflege, für Regenerationsfähigkeit der jeweils vorhandenen Ressourcen. Für weniger irrsinnige Kilometer und Milliarden an Seemeilen wahrscheinlich. Nachhaltigkeit steht für mich, für besseres Menschen- und Tierwohl, für die Vielfalt der verschiedenen Regionen der Welt. Und ich glaube auch, dass genau das die Zukunft der Landwirtschaft, für mich zumindest, für mich die beste Zukunft der Landwirtschaft ist. Und dann ändere ich mich und kehr zurück ins Leben. Erst mein Grab vor meiner Fresse kann mein Kopf nach oben heben. Es ist aber ein Glas droniendige Kilometer und